Das endlose Warten weicht den Kampf. All dem Untergang. Tod, oder? Sonntag. Tod, oder? Tod! 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 Solltengarten. Solltengarten. Zu Olsrat. Zu Li Sokja! Das war eine machtvolle Tat. Endlich wurde Aldruins Untergang besiegelt. Und frei ist Sovengarde von seiner grausamen Falle. Von diesem Kampf wird man in Shores Halle für immer singen. Doch euer Schicksal wird sich nicht hier erfüllen. Wenn ihr eure Tage bis zur Neige gelebt habt, darf ich euch hier von Neuem willkommen heißen. Mit froher Freundschaft und euch zum seligen Feiern einladen. Wenn ihr bereit seid, zu den Lebenden zurückzukehren, sagt es mir und ich schicke euch zurück. Kehrt jetzt nach Nian zurück mit diesem reichen Lohn von Shaw, meinem Herrn. Ein Schrei, der in der Stunde der Not einen Helden von Sovengarde herbeiruft. Ähre den Dachflug, dies ist zwei Erden mit höchstem Blut. Halt! Jistens runme zur Neuge, der sch Norm vom Sovengarde herbeirrt. Abonnieren cresst. Wind Dispersön Teil des DrTOR. Das B � 엄 spirulat Untertitelung des ZDF für funk, 2017